Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist geschaffen worden von persönlich haftenden Unternehmen, die auch einen Vorwärtsdrang haben. Aber die wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, dann sind sie als Erster in der Haftung und Verantwortung und deshalb haben sie überlegter gehandelt und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn freien Lauf gelassen.